Nächstes Wieder eine Goldkiste Oh, noch ein neues Tutorial Oder ist das Dazu gekommen noch? Neues? Weiß ich nicht Wir gucken uns jetzt erstmal das an Dieses Mal stehst du Zwei Gegner in der Arena gegenüber Oh, ich hab einen guten Freund Bako, der kommt dazu Alles klar Der mächtige Kämpfer Bako hat sich deinem Team angeschlossen Teamplay ist unerlässlich Wenn du bei BattleRide gewinnen willst Kämpfe zusammen, um das gegnerische Team zu besiegen Toll Ich freue mich jetzt schon auf Mitspieler, die jetzt nicht so Nice sind Keinen Bock haben, am Team zu spielen Das haben wir ja in diversen Spielen schon momentan Leute, die die Spiele spielen, weil sie nur ihre Langeweile vertreiben wollen Und die ganze Zeit rumtreuen Alles mal silenzeln Oh fuck Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Ich bin schnell Ich bin schnell Your Team won the Orb You're done Jawoll Ah, der klappt den gut weg auf jeden Fall Hups, hab ich den Orb noch mal abgeschossen Eigentlich wollte ich den Orb noch umschießen Aber ich habe ihn nur gesilenced Das hat dem anderen gereicht Endgültigen Schlag zu geben So Versuchen wir direkt dahinter zu setzen 3, 2, 1, Fight 4, 2, 2, 1, Fight Oh, nein Hat der Schaden gemacht? Komm der ist raus Ich habe mein Teamkamerad noch gerade so gerettet Nice Netter Bot Netter Bot Haben wir uns doch schön aus dem Patschig geholfen haben wir uns Teamarbeit Oh Münzen habe ich gekriegt Ok Schön SkyRain Lernen dieser lustigen Aber trotzdem herausfordernden Prüfungen Wie du deine Ex Fähigkeiten Effektiv einsetzen kannst Ok Kriegen wir 1000 Tokens für Dann haben wir überall ein bisschen was gekriegt Sind wir glücklich Wir lassen uns doch raus in die Match Welt Von Battleroid Oh ne schicke Map So vom Design her gefällt mir das eigentlich auch ganz gut Ganz gut ne Was Ok Wir brauchen Wir brauchen Energie um die Fähigkeiten benutzen zu können Sammle Energie Scherben Ah geil Das ist natürlich geil Das ist natürlich geil Achso es ist vom Binnentorf Das ist das Wir brauchen 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 Oh! Versetzen? Ah, okay. Ist eine schnellere Version von Snipe. Hey, oh man, das sind ganz schön viele Fähigkeiten, die man so hat. Kommt echt noch ein bisschen was dazu, oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe Chat-Infessels, okay, hm 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 Oh! 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 Okay. Das geht. Das geht schon. Okay. Oh nein. jetzt lege ich mir woanders hindurch da habe ich nicht gepackt ja ok Schiff lege ich mir glaube ich auf die Maus, du möchtest immer direkt ja Ja, wie oft willst du das denn noch sagen, wenn ich da nicht dran stehe? So, jetzt erstmal weg mit euch. Ey, warum geht das nicht schneiden? Mir fehlt einer. Ach, ich wollte gerade sagen, ich habe es trotzdem geschafft. Leckerlich. Er ist nur mit den ganzen Fähigkeiten klar gekommen, ne? Ja, ich gehe. Nimm doch Hat er natürlich Hab ich verkehrt gemacht Komm schieß ihn ab Gibt es doch nicht oder Ich hab ihn doch jetzt schon Einmal angehalten gehabt gerade Super So um wen kümmern wir uns dazu Um den Komm Ich schieß ihn nicht weg Ups es war schlecht Jetzt haben wir es glaube ich raus Oh jetzt schon vorbei Das war doch schneller als gedacht Und unsere Tokens erhalten Herzlichen Glückwunsch Du hast das Tutorial abgeschlossen Wow Wir haben es geschafft Versus KI Versus mehr Spieler Komm wir machen ein Spiel gegen KIs Gucken wir einfach mal Ja wir haben mit der gespielt Das heißt Wir werden das mit der auch gleich mal ausprobieren Wir werden das gleich mit der ausprobieren Sowieso so mehr der ADC Spieler Ich glaube das Gibt kein Kampf Komm ich schneller rein Glaub ich Wie geht erläutert Wie geht es um wie geht es um Wie geht es um 5-0 Wie geht es um Das geht um Wie geht es um Wie geht es um Wie geht es um 3, 2, 1, fight! Oh, ging das die ganze Zeit nicht, man! Easy! Double kill! Ich muss sagen, bis jetzt schockt mich das Game schon ein bisschen an, ne? Ich hoffe nur, obwohl das gibt es ja schon ein bisschen länger, dass es nicht so endet wie mit diesem anderen hier. MxM oder wie das hieß, das war auch ein ganz gutes Prinzip, aber irgendwie gab es da keine Spieler. Komisch. Time to strike! Your team claimed the orb. Ah, das war die ulti. Time to strike! 1, 2, ich 2, go, go! Round 1 Victory is mine 3, 2, 1, fight! 1, 2, 2, a requirements ... Ich bin gestiegenきastig es, nicht? Jawohl, das ist wirklich eins, ich bin gestiegen. Um jetzt will ich vier, 나는 hier eine einzelne defense. Ich bin einfach mal gestunnt, aber richtig. Kann man schreiben, Tink? Ist die aktiviert? Ah, okay. Nice. Oh. Okay, es gibt ein Contour-Level und es gibt ein Champion-Level. Das ist klar. Ja, das war... Wie soll ich sagen? Unsere erste Runde Battle-Ride. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir sagt das Spiel jetzt so... Also mein erster Eindruck ist auf jeden Fall ja, geil. Ist ganz lustig, cool umgesetzt. Wir spielen es auf jeden Fall noch ein paar Mal. Ich glaube schon. Ich glaube, das wird auch noch so eine Hassliebe wie LOL. Ich habe das ein bisschen im Gespür. Aber... Wie gesagt, spielt es einfach selber und findet es heraus. Können wir noch mal kurz gucken, was hier so drin ist. Man muss es immer einfach selber rausfinden. Ist einfach so. Wir müssen einfach alles ausgleichen. Hey, das ist ja viel geiler. Oh, weitere öffnen. Bam! Okay. Was ist das denn? Aber da... Okay. Ist da noch eine? Nee. Nee. Aber davon haben wir welche. Bam! Fangen wir mal von rechts an. Okay. Warum kann ich das duplizieren? Bin mir nicht sicher. Ja. Einfach noch einen aufmachen. Haha. Gäse. Oh, guck mal. Grün ist geil. Ich glaube, wir haben keine Kisten mehr, ne? No. So. Ja. So ist das. So ist das. So ist das. Battle Ride. Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst wie es funktioniert. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge Battle Ride oder in einer der anderen Sachen. Wünsche euch noch schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.